30% mehr, in nur 6 Jahren. Wie viel Bier trinken Sie denn am Tag? Naja, 8 Flascheln, 9 Flascheln, aber mehr nicht, glaube ich. Und meistens wann? Unter der Arbeitszeit. Heute nicht, bitte, ich bin in Urlaub, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ich trinke 2 Liter Wein am Tag. 2 Liter Wein? Ja. Bier auch noch dazu? 1 Liter. Ja, na, werden Sie da nicht müde? Nein, ich arbeite mich aus. Was sind Sie vom Beruf? Fleischhain. Brauchen wir das in Ihrem Beruf? Na, für ehrlich, trinkt ja jeder.